Ich bin leitender Arzt der deutschen Delegation und gleichzeitig Vertreter des Direktors der Deutschen Diversion mit Sitz in Weltrad. Ich überprüfe zur Zeit die Anwerbegruppe, die in Zagreb heute tätig ist. Im Allgemeinen sagt man, dass die jugoslawischen Arbeiter sehr schnell sich anpassen und man ist im Allgemeinen mit den Jugoslawen zufrieden. Das geht auch daraus hervor, dass innerhalb der drei Jahre Jugoslawien an die Spitze der aller Anwerbeländer in Deutschland gegangen ist. Und eben weil man mit ihrer Qualität sehr zufrieden ist, deshalb liegt der Schwerpunkt der Anwerbung jetzt gerade in Jugoslawien. Und dann geht's mit der Schwerpunkt. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte euch in der Fallen von Zagreb-Untertitelung vor, die ich Ihnen ein paar Sachen zu besuchen. Ich möchte, besser, besser und vor allem und vor allem und vor allem und vor allem. Ich kann nicht schrauben, ich kann nicht. Wir sind die Arbeit, und wir sind die Arbeit. Wir sind die Arbeit, und die Arbeit ist, sie zu leben. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Das ist auch immer wieder, dass wir hier sind. Wir haben sie sehr viel Geld. Ich habe sie gegen sie nichts gegen sie. Sie haben sie in die Schule, sie sind so schwer. Ich bin nur um die Kinder gebeten. Ich bin dann schon mal ein bisschen mehr, aber ich habe es sehr ein Unterschied. Ich bin dann, dass ich meine 380.000 Euro oder einen Rauke, er hat mir auf seine Platte zu machen und hat, das ist ein bisschen zu haben. Ich bin dann, ich bin ein Fantasier. Ich bin dann, ich bin dann in die 308.000 Euro oder Auto und die Kuppe. Ich habe einen schönen Tag. Aber wie ist es, es zu Ende auf Ende. Du kannst dich für ein Stück kaufen, und 24 Jahre alt sind, du kannst du nicht mehr Frauen, du kannst du nicht mehr, 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 das ist das, das ist das, das ist das, die Freunde, mein Freund ist, mein Freund ist, Ich bin ein Freund von der Zeit, ein Freund von der Gostle. Als der Gostle ist, war er ein Freund von der Gostle. Er war ein Freund von der Gostle. Er hatte ein Freund von der Gostle. Er hat sich vielleicht verreicht, aber er war so. Er hat mir auch mein Land. Ich liebe Gäustleua wie es war. Ich bin Jugoslawian. Ich bin Jugoslawian. Ich bin aus dem Niemczech. Ich bin in Niemczech und ich bin in Niemczech. Ich bin da ich nicht wirklich, wenn ich Gäustleua, … Wir sindkannig, dass jeder von euch verletzt ist und er spielt in die Welt, dass er und er als Ein-Spiel глаза ist, und dass er sich dieses Land vorgänzt ist. Ich weiß nicht, dass ich eine Nation, eine Lande. Ich weiß nicht, dass ich das Leben leben. Sie sehen, was ich sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn wir sagen, was ist, warum haben wir die Svjetan-Obefestigung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ein sehr gut und ich weiß, ich bin ein ganzes Geheim. Ich bin ein sehr gut und ich bin ein sehr gut. Ich bin ein ganzes Geheimnis für die Zeit. Ich bin ein guter Anwaltiger und ich bin ein guter mit dem Marschall. Ich bin ein guter und ich bin ein guter für die Politik. Ich hab mir die ganze Zeit, um die Geschichte zu geworfen, um die ganzen Geografie zu geworfen. Und ich bin mir so ein, wie wir im Leben haben, um die Gewaltung zu geworfen, um das Leben zu geworfen. Ich habe mich über meine Tage geholfen, um die Verlangen zu machen, um die Verlangen zu machen, um die Verlangen zu machen, um meine Kinder zu machen. Ich glaube, dass ich mich für meinen Vater, für meinen Text, für die Zukunft der Zukunft unserer Welt, um die Entwicklung zu haben. Aufgrund der Grund, ich liebe alle unsere Stöpe, unsere Planine, unsere Gründe, die Lande, aber mit dem, dass ich Pete und Djeci habe. Ich gehe aus dem Grund, was heute ist, dass sich die Möglichkeit, dass sich die Arbeit zu haben. Vielen Dank, die Zähne, und die Freiheit. Es war schwer, die Frau schweig, die Mutter schweig, die Kinder schweig. Der Junge ist ein bisschen gespielt, ich bin der Kranjega. Er sagt, Abad, ich habe dich gefeiert, er hat mich gefeiert. Ich habe ihn gefeiert. Ich habe ihn gefeiert. Sorry, ich kann nicht sagen. Es ist schwer, es ist schwer. Ich wusste, dass es so schwer wird, ich habe mich gefeiert. Ich arbeite als Stalni Pratis, das hier, das Land, das transport ist. Ich arbeite um das Transport und die Transporte. Ich arbeite um das Transporte. Mein Name ist es Gaga Darko. und die Uhr über die Transport des Zagre- und die Zagre-Mindchen und die Vlaksa schreibe auf den Zagre- und die Zagre-Mindchen und die Vlaksa weiter über die Zagre-Mindchen und die Flasen über die Zagre-Mindchen Es ist eine Anarchie, niemand wusste nicht, wo und wo die Leute gehen müssen. Niemand wusste nicht, wo die Leute gehen und wo sie gehen. aber die Vorteil des Organisations des Transportes ist natürlich. In den Jahren 1969-1970, wenn die Transporte nicht organisiert sind, ist ein enormes Veränderung. Ich denke, dass es so gut ist, dass es mit dem Organisations des Transportes ist, denn es gibt es nicht mehr, dass sie in den Transporten sind, vollständig organisiert sind. Die Leute haben sich das Gefühl, dass sie jemand interessiert sind. Sie haben sich das Gefühl, dass sie sehr sicher sind. Ausatmung, nochmal eine Atemung, eine Beine über das andere Leben, so. Schalten Sie an, drehen Sie an, Faust bitte, gehen Sie in die Hocke, auf den Cien? 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 Auf den Cien. Auf den Cien? Ja, was поздоров'am aus Kreditbank Zagreb. Wir glauben, dass Sie können Sie eine gute Arbeit und eine gute Arbeit und dass Sie können Sie können mit dem Sie zu erreichen, zu lösen Ihre finanziellen Probleme. Sie müssen sie sich an, Sie müssen sie arbeiten, und arbeiten. Sie können Sie sich nicht mehr, und dann können Sie sich nicht mehr zurückkommen. Sie müssen sich nicht mehr zurückkommen. Sie müssen Sie sich nicht mehr zurückkommen. Ich fühle mich gerade aus der Gesellschaft, aus der Gesellschaft, gehen Sie sich selbst weg und zurück, wie Sie wissen. Wenn Sie so weiter gehen, dann gehen wir zurück, in die Kanale, in die Ukraine, Sie müssen Sie sich selbst zurückkommen. Sie müssen sich zurückkommen. Sie müssen sich jetzt wieder zurückkommen. Ich weiß nicht wie es, in der Ljubaukai war, dass ich so aussehen. Wenn du Arbeit hast, musst du das gut platieren. Mir ist das gefangen. Jetzt bin ich zurück, danke Gott und Titu, als er so ist, bin ich, dass meine Kinder haben Ich bin froh, ich habe auch ein Frižider, ein Kauç, ein Licht, alles, was ich habe. Aber es ist mir so gut, es ist nicht, denn jeder hat es. Du kannst mir das für deine Kinder, wie du sie dir, dann gehen wir. Ich bin froh, dass ich mich auf dem Weg bin. ... 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 Achtung zum Verkehr, der Schenkezug 558 Dachbischwaden, Achtung 1248 B, Achtung 252 Dachbischwaden. Oberkampgr demite 2-5, Ge Pan Re Kathleen Wolfgang klatze' beter weiter 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 flottge Ich bin ich, ich bin ich, ich bin ich. Bitte, eine Tez, ich bin ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.